So Leute, hallo und herzlich willkommen! Zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal zum Followergleichen. Leute, heute zeige ich euch mal die neue Season, weil Season 5 ist heute rausgekommen und wir kaufen uns auf jeden Fall den Battle Pass. Season 5 Battle Pass. Nice. Was haben wir hier? Hier haben wir Drift als neuen Ladebildschirm. Ich habe gerade eben schon Fortnite gestartet, deswegen habe ich hier ein paar Belohnungen bekommen von Level 6. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den ganzen Battle Pass an. Der erste... Oh, es gibt wieder einen Blockbuster-Skin. Okay. Jetzt gucken wir uns erstmal den ersten hier an. Ach, sogar für die... Ach, okay. So ist das geregelt worden. Jetzt, wenn man hier guckt... Wir sind jetzt erstmal hier bei den ersten Skins Drift und Huntress. Die sind episch und legendär. Ich würde erstmal sagen, wir kaufen uns erstmal hier den tollen Battle Pass. Let's go! Nice. Battle Pass upgraded. Ziemlich nice. Gucken wir uns jetzt mal den ganzen Shizzle Manizzle hier an, den wir gerade bekommen haben. 100 V-Bucks wiederbekommen. Was ist eigentlich schon im Shop drin? Okay. Boah. So, hier haben wir zwei neue Skins. Die beiden... Ähm, ja. Lass uns mal gucken, Leute. Wie wir... Wie es hier weitergeht. Also erstmal haben wir hier nochmal so Basketball. Hier haben wir solche Toys. Davon hat man ja gleich schon vorhin erzählt. Ähm, es gibt anscheinend solche... Ähm... Das ist ganz nice. Ähm... Boah. So. Dann Battle Pass nächste. Balloon Axe. Hm, finde ich jetzt nicht so nice. Red Line. Oh, das finde ich doof. Das finde ich richtig doof, dass die drin ist. Weil es gibt ja den... Ähm... Night Rider. Der ist ja episch und kostet 1500 V-Bucks. Und das ist quasi die männliche Version von der... Und den kann man sich ja... Oh, das ist... Das finde ich nicht so geil. Aber... Gucken wir einfach mal weiter. Ähm... Was? Okay. Gut. Ähm, der Emote ist auf jeden Fall nice. Was haben wir hier? Oh Gott. Was haben wir denn? What the heck? Das sieht auf jeden Fall auch wieder mal nice aus. Was haben wir hier? Conquest. Einen, ähm... Conquest. Einen epischen Kleider. Mathematik. Oh, wie geil! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? 2 plus 2 gleich 4. Sun... Äh... Strider Skin. Mhm. Gefällt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Ähm... Aber gehen wir mal weiter. Hier haben wir neue Spuren. Glitch in the System. So ein Hacker... Äh... So ein Hacker-Flugspur. Okay. High Explosives vom damaligen... Ach, der kommt bestimmt wieder, oder? Ist der schon da? Ne. Okay. Ähm... Dann... Gucken wir mal weiter. Hier, Battle Pass. Da waren wir gewesen. Wir waren wie hier... Ja. Der Schild sieht auf jeden Fall nice aus. Ich denke, ja, dass da ja noch ein Wikinger kommen. Ähm... Gucken wir mal weiter. Der mit 63. Witzig. Oh Gott. Witzig. Was haben wir hier eigentlich? Fancy Goldball. Oh, das ist witzig. Ähm... Ice Cream. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Omen. Neue Ladebildschirm. Cool. Äh... Lede Hammer. Hammer. Okay. Ja. Ah, finde ich jetzt nicht so geil. Dann, äh... Fancy Beachball. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den 100er. Weil ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, welcher der 100er-Skin ist. Ähm... Ja. Splashdown. Okay. Neuer Gleiter. Hier haben wir... Äh... Wie sieht die denn aus? Oh mein Gott. Okay. TP. Ah. Dann, ähm... Kommen wir weiter. Breakdown. Dum 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 dum. Auch ganz leicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was? Alter, ist der letzte... Alter, ist der geil. Der ist mega heftig. Vor allen Dingen bei der... Bei der... Äh... Ding. Bei der... Äh... 6. Bei der... Aufgabe... Bei der Aufgabe 6 quasi. Oh mein Gott. Was hat der für einen nicen Helm? Hast du den schon mit Helm gesehen? Ja. Mega geil. Oh mein Gott. Mega geil. Ich bin scharf. Wie krass ist der denn bitte? Das löst mich gerade. Okay. Nice ey. Der Battle Pass gefällt mir auf jeden Fall. Also wenn euch das Video gefallen, würde ich mich sehr belecken. Abenteuer freuen. Bis dahin. Auch noch ein. Und... Tschüss. Tschau. Tschau. Tschau.